... nach Hannover Hauptbahnhof, überall Kipferl und Leerde. Wir wünschen Ihnen an der Handelbefahrt einen schönen Tag und kommen Sie alle gut an Ihren Ziel. Meine Frau Gäste, bitte beachten Sie auch, unser Zug wird alkoholfrei. Das heißt, das Verzehren oder das Verleitstellen von alkoholischem Tränen ist hier nicht gestanden. RE-30 nach Hannover Hauptbahnhof, nächster Halt Wolfsburg-Vallersleben. Hier noch ein Hinweis zur Kontrolle für personalisierte Tickets, das heißt Deutschland-Ticket, quer durchs Land, Niedersachsen-Ticket. Halten Sie bitte entsprechende Lichtbildausweise bereit, damit die Kontrolle schon wieder vonstatten gehen kann. nach Hannover unterschiedlich auf einen nummeromen Angriff willen. Sie müssen dann die Kontrolle des Autosationslogen aus diesen... Untertitelung des ZDF, 2020